Du sagst, es gibt keinen Gott, außer Gott selber. Das heißt, du betest nicht irgendein System an, du betest nicht irgendwelche Menschen an, du betest nicht Geld an, du betest nicht Reichtum an, sondern derjenige, der dich erschaffen hat, die dir diese Glückseligkeit geben kann. Und der zweite Part von dem Glaubensbeginn ist, du bezeugst, dass der Prophet Mohammed der Gesandte Gottes ist, vom selben Gott. Du bezeugst, dass Jesus auch der Gesandte von Gott ist. Du bezeugst, dass Moses und alle vorherigen Propheten Gesandte von Gott sind. Willst du das machen? Wie schaut es aus, Mohammed? Es ist keine große Zeremonie. Schau mal, du sagst einfach nur, wichtig ist, dass du das im Herzen Glauben verinnerlichst. Und dann schön langsam das Wissen aneignen, über den Islam, über den Propheten Jesus, was hat er gesagt, was will er. Schau mal, ich habe zum Beispiel die Bibel da. Ganz kurz, referenziert. Und ich zeige dir nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel, wer Jesus lief. Weil wir sagen, Jesus war Muslim. Was bedeutet Muslim? Islam bedeutet, hingabe. Das heißt, du gibst dich Gott hin. Und das bedeutet, Gott ergeben, derjenige, der sich umgibt. Und weißt du, wie wir Muslime beten, wir legen uns mit der Stirn auf dem Boden. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ich muss auch ein bisschen was lesen. Beispiel voran. Zeige dir die Bibel. Jawohl. Matthäus 26, Vers 39. Das ist die Bibel, ja? Das sind nicht meine Worte. Hier geht es um das Gebet von Gethsemane. Jesus, die Leute wollten ja Jesus kreuzigen. Und er ist auf den Berg von Gethsemane, auf den Garten, Entschuldigung, auf den Garten von Gethsemane gegangen und guckt, was die Leute über ihn berichten. Und er, Jesus, ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehen diese Camp an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das heißt, Hingabe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat sich hingegeben und er ist mit dem Angesicht zu Boden und hat gebetet. Wir beten die um es lieber zu sein. Das heißt, wir folgen Jesus mehr als die Christen sind. Und wir haben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Beispielsweise, warst du schon mal in der Kirche euremacht? Ja. Wir sagen, dass wir kein Abbild oder ein Gemälde von Jesus haben. Dürfen wir auch nicht. Okay? Steht auch hier drinnen. Aber gehen wir trotzdem davon aus, das wäre Jesus. Bei jedem Gemälde oder bei jeder Statue hat Jesus einen Wahn. Die Muslime sollten auch einen Wahn haben. Das heißt, wir folgen diesen Lehren von Jesus viel mehr wie die Christen selber. Das heißt, man kann eigentlich das zusammenpassen, wir sind mehr Christen wie die Christen selber. Das ist das. Über diese Sorgen reflektiert man etwas. Erst wenn man in Gespräche kommt mit den Menschen und es gibt sehr, sehr viele Punkte, wirklich. Also, wenn man es vergleicht mit dem Koran und mit der Bibel selber gibt, sehr, sehr, sehr viele Punkte die Ähnlichkeit haben. Ich kann dir nur raten, ich kann dir nur raten, das sind auch unsere Kontaktdaten, wenn du irgendwelche Fragen über dieses Thema hast, kannst du uns gerne kontaktieren, aber ich würde dir wirklich warten, ins Glaubensbekenntnis zu sprechen. Weil, es, 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 glaub mir, du bist glücklich jetzt oder es wird dich glücklicher machen. Es wird dich glücklicher machen. Bist du so? Es sind nur zwei Sätze, die du aussprichst, die du auch schon bezeugt hast. Das ist das, was dein Herz sagt. Das heißt, du lügst dich nicht selber an, sondern du bezeugst es, du sprichst es aus, was du glaubst. Okay? Machen wir das. Okay. Also, zuerst machen wir es auf Deutsch, und dann machen wir es auf Arabisch. Kannst du sagen? Okay. Wenn ihr bezeugt, nein, ich wiederhole das jetzt schon. Okay? Also, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Gott. Und ich bezeuge, dass Mohammed der letzte Prophet Gottes ist. Genau. Jetzt machen wir es auf Arabisch. Ich mache es. Schnitt für sich. Okay? Esch, Hadoop. Es ist der schönste Schritt, den du gesetzt hast.